Hallo Leute, heute habe ich einen Streets-Raid für euch, da war ich in der Polizeistation am Looten und ja, gab dann auch noch ein bisschen PvP. Das Spezielle an der Polizei ist, da gibt es bloß zwei Ausgänge und die sind ziemlich nah beieinander, das heißt, wenn man da drin am Looten ist, dann ist man da drin gefangen und muss auf jeden Fall kämpfen und genau das ist passiert. Und ja, gab dann am Ende ja viel PvP, viel Loot, aber ich will nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens leidens täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ähm, wo bin ich? Also, Plan ist, eigentlich habe ich eine Daily, bei der ich, ähm, Klimaw Street fünfmal überleben muss, aber ich glaube, das wird eng. Deswegen gehen wir einfach bloß normal Streets spielen, ein bisschen PvP, ein bisschen Looten. Alles, wir gehen mal kurz hier nach dem Bitcoin schauen und dann gehen wir zur Polizei. Und dann gehen wir einfach mal kurz. 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 Hey, pass dir das. Servus, Lea. Könnte schon jemand da sein. Ist schon drin hier. Muss warten, bis er die Tür aufmacht. Na, komm. Fangen wir ihn? Scheiß, wie ist es, ey? Habt ihr gesehen, wie sein Schally geglüht hat? Ei, ei, ei. Late? What? Weiß nicht, ob der alleine war. Ich will auf jeden Fall dem seine Waffe, weil die ist gefährlich. weird nicht? ... ... ... ... ... ... ... ... So, ist hier irgendwas? Noch was wert. Was soll da geladen werden? SP6. SP6 ist so viel wert. 3000 der Schuss, ne? Musst die komplett leer machen. 3000 der Schuss für SP6. Wertvollste Ammo überhaupt. Ja, ja. Macht richtig Auer, das Ding. Schädt, man. Eigentlich will ich die ganze Ammo rausdrücken. Will ich auch. 3000 der Schuss. Ich meine, die Max behalte ich trotzdem, aber das Ding ist heftig. Oh, ich habe meine... Okay, gut, da ziehe ich noch was ab. Aber allein dafür, ne? 150.000. Allein dieser Stack. Voll übertrieben. Auf Midrange springt sie gut, ja. Aber Nahkampf ist das Krasseste, was du spielen kannst. Seit wann ist die so teuer? Seit vorhin. Seit heute. Allein das hier unten, ne? Da. Mal drei. 150k. 120k. Das sind allein 270k die Ammo hier. Die zwei Stacks. Müsst ihr euch mal überlegen. Ich glaube, der Typ wusste das noch nicht. Sonst hätte er nicht so viel dabei gehabt. Mhm. Also, jetzt noch ein bisschen. Also, wir schauen uns das mal an. Ja, ich glaube, der Typ kämpf ist. Meter. Sonja? Das ist ja noch ein bisschen. stilled. Ich glaube, der Typ kämpf ist für uns in den Kastise. Und dann wird das noch ein bisschen. Und dann... Ja, die kannst du nicht verkaufen auf dem Flea. Geht nicht. Richard knows, weiß ich nicht. Servus. Keine Ahnung. Ich habe bloß nach SPP geschaut. Äh, SP6 meine ich. Ich meine, man kann SPP noch kaufen. Die hat 40 Pen. Ist auch okay. Ja, FMJ ist wahrscheinlich die Amo, die man im Flea am teuersten verkaufen kann, wenn man sie vorhin in Raid hat. Ist so mit die einzige Meta-Amo, die man noch verkaufen kann. Fuckin 56 Kilo, ey. SP5 ist eher shit. Ist die schlechteste Amo. PB, PB9. BP ist von der Pen her die Beste. Wow. Aber auch sauteuer. PB9 ist gut. Und SPP ist auch noch gut. Hat 40 Pen. Okay. 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 Die wollen's wissen. Der springt hoch. Mal sehen, ob er es schafft. Wir sind beide unten. Sind drei, glaube ich. Ganz schlecht hier rein zu gehen. So, zwei Minus. Schön hintereinander. Mal sehen, wie sie jetzt noch pushen. Okay. Die standen sehr praktisch. Steht da noch. Nee. Okay. 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 Vielen Dank. Es ist noch einer. Über rechts ist so stark. Einfach reinlaufen lassen. Wenn sie Shift-W gegen die Wand spielen, einfach in Rechtsbeekstellen reinlaufen lassen. Ah, die Verwirrung war groß. Beim letzten. Gute Posi. Das ist immer so lustig, diese Monster-aggressiven Viererteams. So, jetzt pushen wir mal richtig. Oh, ich bin tot. Ja, ich auch. Ich auch. Wer saved jetzt mein Gear? Das war das Bambi. Vermutlich haben die Mails so laut geheult, dass wir es nicht mehr gehört haben. Das kann gut sein. Die Defender hat ihren Dienst getan, auf jeden Fall. Deswegen funktioniert Shift-W gegen die Wand nicht. Also einfach dieses aggressive Pushen. Das funktioniert gegen Anfänger. Aber gegen Leute, die das Spiel schon ein, zwei Mal gespielt haben, eher nicht so. One-Beat. One-Beat. Killer-Hammer. Renten-M. Let's see. Let's go. Okay. Das Gute ist, die Waffen liegen alle hier hinten drin. Hat seinen Vorteil. Na, Freunde? Der Push lief anders als gedacht. Na ja, so schaust du aus. So, schau dir aus. Oh, das wird jetzt einiges, was ich denen abnehmen darf. War das nicht der Kommentar-Raid? Oh, ich voll vergessen. Sorry. Oh, ich hatte voll vergessen. Level 4 noch. Ich sollte eigentlich kommentieren und dann vergesse ich es einfach. Okay. Okay. Finkler. Oh, sells barracks. Was ist das? Wie kein Space. Am 993 geladen, willst du mich verarschen? Was ist mit ihm? Achso, ein Schuss plus, okay, ich dachte schon. Was, 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 was die letzten sechs Minuten aufgenommen? Ja. Wenn das irgendwo vor dem Wendet ist, sag mir aber vorher Bescheid. Kommt was. Drei oder so. Drei oder so. Drei oder so. Okay. Noch einer weiter hinten? Simple Scafs. Das ist gut. Ja, hier liegen zwei Tote, passt. Und das Scafs. So, sorry, wenn ich hier gerade nicht alles lese. Wo sind wir denn? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Und rauskommen. Ganz schwierige Sache immer. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das wird deutlich nicht besser. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Der hockt da so beschissen. Und von dem haben wir es. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab noch nie mal den Check 15 aufgemacht. Also den lassen wir auch schön zu. War ich jetzt den scheiß Bären hingedroppt? Da. Bär Buddy. Ja, den Helm sollten wir schon auch mitnehmen, ne? Fuck. So, was haben wir denn hier so? Das kann weg. Das hier. Noch ein paar Granaten. Besser als nix, ne? Nicht Maulen, sondern Mühlen, ja. Der ganze gute Loot. Oh, Mann. Ist doch alles, was wert. Kann man hier mal weghauen. Oh, come on. Okay. Verstehe. Verstehe. Wenn sie insistieren, dann nehmen wir den halt auch noch mit, ne? Was? Normaler Scaffer ist gut. Gut, so lassen wir es jetzt. Meine Fresse! So, 80 Kilo, ich habe aber meine... Das Problem ist, wenn ich die zwar jetzt tausche, ich muss mit 4,9 Amor hier raus, es hilft nichts. Den auf der Treppe noch nicht mal angefasst? Doch, doch, den habe ich angefasst. Sag doch jetzt nicht so was! M-93, ein Schuss weg, scheiß drauf. Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nichts machen, kann ich jetzt auch nichts machen. Äh, der bleibt jetzt liegen hier, viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch, hast du gewonnen. Großen Jackpot in der... Was halt was für die Scaffes, ja, die werden garantiert noch richtig geflattert, ey. vom Allerfeinsten. Von Allerfeinsten Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, stirbt nicht, ist schon recht So, go, 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 zur Klimawft-Street und dann raus hier Hier waren vorhin noch Shots Sniper's GF nicht da, okay Boah, stampf, 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 stampf Lauf Ihr könnt mich mal hier lang Und dann So, wehe dieser räudige Exit Funktioniert jetzt nicht Okay, okay, sieht gut aus Wundervoll So, Leute Macht mal Hallo YouTube im Chat War doch ein passabler Raid, oder? Nette Action in der Polizeistation Was ist das denn für ein Exit? Das ist Klimawstreet, da braucht man diese Flair So, mal sehen, wen haben wir denn? Wer hat sein Mate erschossen? Der in der Küche hat sein Mate erschossen Ja, waren eigentlich fünf Kills, es waren bloß vier, weil der Typ sein Mate erschossen hat Unlucky, kann ja mal passieren Kann ja mal passieren Einfach mal eiskalt durchgezogen und dann waren sie beide tot Unlucky Naja, gut Na gut Ansonsten hier im Endscreen sieht es gar nicht so spektakulär aus War aber eine gute Runde, ne? Und hier im Marker To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again See you again See you again